Der deutsche Nationaltorwart Marc-André Tastegen ist im Spiel gegen W.A. Real unter Tränen vom Platz getragen worden. Nach einer unglücklichen Aktion verletzte er sich schwer und konnte nicht weiterspielen. Offenbar ist das rechte Knie betroffen, womöglich fällt er mehrere Monate aus. Die genaue Diagnose steht noch aus, doch Barstar-Fans, die bangen um ihren Keeper. Der Zeitpunkt besonders bitter, denn gerade erst wurde ja Tastegen die neue Nummer 1 im Tor unserer Nationalmannschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017